Hallo ihr Lieben, euer Girl, es ist Yitia und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Geys Wars. Ah, mit Henna. Heute wird's öde, mit Statt des Ödland. Bei Korna hab ich ja auch Spaß gesagt, ja Korna, aber hier kann ich nicht nur Spaß sagen, je Ödland. Man, die schlimmste Ödland gibt's zuerst, damit wir einen Scheiß hinter uns haben. Schwefel einöde, Arkalibecken, Jogos, Domäne, das sind solche Schreckenglieder. Es sind ja nur 400 Gegner, Leute. Ja, hier sind die Gegner auch so übertrieben viele. Ja, da geht's schon los, ne? Ich hab's vermisst. So, dann würde ich sagen, Rinn, wa? Oh, der Tiergefährte. Ja, das eine Minion bleibt. Hier muss man Säulen zum Einsturz bringen, mit Yununu Schlag, dafür muss man Adrenalin tanken, weil hinter den Säulen teilweise nur Gegner sind. Ich bin ehrlich, ich weiß jetzt schon nicht mehr, wie man das macht. Ich auch nicht. Und wenn man nicht genug Adrenalin hat, dann rip, muss man das Ganze neu starten. Ganz toll. Hä, was ist das alles? Ich kann das gar nicht mehr. Hier wird geheilt. Okay, Yununu Schlag, wirft sie wo und richtet dich schon an. Ja, das klingt doch krass. Yununu's Biss. Ich glaube, die ersten drei sind alle einfach ganz zu spammen. So, wenn es ready ist, machst du es halt. Das ist auch so, dass der, ja, ist ja übel scheiß, die Klage ist nur. Wir werden wieder kommen auf Wusch bestellt. Ja gut, aber beziehungsweise eigentlich eher das Gegenteil. Wir werden wie halt auch übelst viele Casts zahlt. Ja, okay. Passt aber, kann man machen. Keine Ahnung, wie man das spielt, Leute. Ich weiß, das ist echt nicht. Wir sind schon wieder Leute tot. Das wird hier ständig passieren. Und ich finde auch, die Würmer, die können irgendwie gar nichts. Die haben zwar viel Energie, also mit Energie mag ich mal Leben. Weil ich sag mal Mana ganz klassisch für die richtige Energie, laut Guild Wars. Aber die machen nichts, Alter. Das dauert so übel lange, bis die überhaupt was machen. Die Würmer und den Gegner sterben gar nicht und nichts. Es ist so scheiße. Also ich würde behaupten, dass das sinnvollste ist, einen Bogen reinzunehmen. Achso, du hast ja eh einen Speer. Ja, dann ist auch egal. Aber auf Hauptsache eine Fernkampfwaffe. Weil dann kannst du halt nicht gebuddyblockt werden, weißt du? Stimmt. Ja, okay. Probier ich mal. Weil die Skills haben. Das ist so lange Castzeit, dass man wahrscheinlich echt besser bedient, wenn du eben halt einfach... Weil die haben eine gute Angriffsfrequenz. Zumindest mit Speer, wenn du einfach aus den Pferden normal hittest. Genau, hier ist irgendwo ein Secret. Das ist das einzig coole. Hier gibt es Secrets. Hier müssen wir... Hm. Das ist vielleicht doch weiter da hinten. Da vielleicht. Ja, ich mag die Gegner eigentlich. Diese Untoten von Palawa Joko, die sind auch... Die sind gar nicht mal so schlecht. Die sind besser als die Abaddon-Leute. Die können was. Hm. Aber was ich nicht mag, ist, dass man hauptsächlich als Wurm gegen die kämpft. Ja, das stimmt. Aber auch nicht nur. Die können wirklich was. Genau. Vielleicht auch den Typen, der heroischere Frau hat. Das wäre auch lustig. Also nicht in dem Gebiet. Aber in Ödland. Und ich bin gerade froh, dass ich ein Wurm bin, weil... Ja, das ist mein Killer. Hm. Brunnen der Stille kann ich nicht ernst nehmen. Aber der Scheiß... Das ist komplett Bastard. Ja. Wee! Die Säule. Die kann ich umschmeißen. Ja, aber da müssen wir erst mal hinkommen. Richtig. Boah, kann ich das schon von hier machen? Ah, jetzt habe ich das Adrenalin ja nicht mehr. Welche Fertigkeit ist das denn mit Adrenalin? Schlag. Ach, der Schlag, ja. Die können wir irgendwie umstoßen, die Scheiße. Aber von unten? Das ergibt alles doch. Weiß ich nicht. Aber oben ist ja kein Schwefel. Da können wir ja nicht wursachen. Ja gut, dann probiere ich das jetzt. Dann lade ich mal eben das Adrenalin aus dem Fernkampf auf und fahre dann da hin. Uiuiui, Leute. Das sind Wiese. Jo, Tatsache, es kippt um. Hä, das musst du alles wissen. Das ist ja wild. Gut, dass ich mich da reingelesen habe. Vorhin da eben auf Toilette war, habe ich schon mal geguckt. Ja. Gut, das ist gelesen, aber wir werden nie drauf gekommen, so random. Auf gar keinen Fall. Das ist mein Scheiße. Ich finde, das Sinnvollste ist tatsächlich einfach, die ganze Zeit im Fernkampf zu bleiben und dann mal Belagerung zu machen. Ja, das war ich auch die ganze Zeit. Nur das und noch mir jetzt. Ja. Das Ding ist nur, meine Belagerung, bis die endlich mal durchkommt, sind die meisten schon da. Ja, außer jetzt. Jetzt habe ich ihn platt gemacht. Gehe ich auch davor aus, dass wir das nicht im Hardmode damals gemacht haben. Nee, haben wir auch nicht. Das ist einfach nur Scheiße. Das Ödland. Aber da müssen wir jetzt durch. Das geht halt nicht immer so. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe früher, weil ich früher immer im Hardkampf war, das legt mich jetzt auf, ehrlich gesagt. Fernkampf ist viel angenehmer. Ja, sehe ich auch so. Das ist trotzdem blöd. Wir haben halt diesen coolen Gruppenbild und jetzt haben wir alles gleiche. Ja, aber es ist ja nur für vier, fünf Gebiete. Für drei Gebiete. Die oberen finde ich das okay. Hier ist ja wirklich der Fokus komplett auf die Würmer. In den oberen Gebieten aber nicht. Auf die freue ich mich sogar ein bisschen. Nein, nein. Weil die Atmosphäre an sich nicht schlecht ist. Ich will nicht raus aus dem Wurm. Oh nein, wenn Nazis ist raus aus dem Wurm. Dann ist jetzt egal. Und der Löwe ist auch wieder da. Der kriegt glaube ich keine eigenen Wurm. Der schlippt immer. Ja, ja. Der ist direkt drauf gegangen. Aber sonst wäre ja auch... Und die Luke ist genau die gleiche wie im Reich der Qualüberrichtung. Hm, das weiß ich nicht. Das ist doch alles Südland, Südland. Südland. Nee, ist schon der Abadon-Einfluss, ey. Das sind ganz komische Dinge. Achso, wieder so ein Tief. Oh, Eisenhammer. Oh, Leute. Das ist aber jetzt ganz schön... Ja, man kann ja mit einem Wurm nicht hin. Ja, nee, das sage ich ja auch gar nicht. Aber ich... Hm, ich mache mal ein paar Vorbereitungen. Ich glaube, ich fläge sogar. Das ist ziemlich knüppelig. Ja, jetzt wird es sowieso generell spiel. Ja, die verborgenen Stadtver... Ach, das schien wir auch ziemlich kräftet. Aber viele Barbie-Gebiete waren auch einfach... Ja, wir reden mal auf Topic. Ist zwar eine schöne Atmosphäre, aber... Da ist ja keine Herausforderung. Ich kann halt hier bei diesen noch nicht einschätzen, ob die stark sind. Aber ich glaube nicht. Aber die waren okay. Ah. Besser als die... Magoniter und Korner-Typen und sowas. Ja. Okay, das auf jeden Fall. Speaking of the devil, da hinten sind sogar Magoniter. Das hat der versplitterte Knochenbruch, Darby. Würde zu ihm passen. Haben die Gegner eigentlich auch Dingens? Dieses, was Jeremy hat. Können die das auch haben? Dieses dunkle Band? Klar. Aber wie sieht das dann bei mir aus? Hau ich die dann und mein goldener Schadenszähler kommt beim Minion? Ich weiß nicht, wer dunkles Band hat, aber natürlich wird es irgendwo Gegner geben, die das haben. Ich weiß ja nicht, wie vorher die Fähigkeit ist. Das Prof. Ich weiß nicht, wer das hat. Ich weiß nicht. Aber ich meine halt... Irgendwer muss es ja haben. Ich würde mich halt interessieren, wie das dann angezeigt wird. Weil du machst ja dann auch Schaden an wen anders. Müsste ich bei Geld wirklich gucken. Dunkles Band. Wer das hat. Aber steht da... Ja. Aber auf jeden Fall stand in dem dunklen Band Artikel, glaube ich, nicht irgendwie drin, wie das aussieht, wenn das Gegner machen. Das wäre ja eigentlich mal ganz interessant. Ich glaube, das sieht man dann einfach nicht. Man macht dann halt weniger Schaden und das war's. Vielleicht die Skelette in Krüter. Die sehe ich damit. Sonst fällt mir jetzt gar nichts ein. Oder da unten im Fels der Verdammnis. Ich glaube, die, ne, auch. Das würde Sinn ergeben, ja. Also einer von den beiden wahrscheinlich. Sonst wüsste ich es gar echt nicht. Entweder wir haben es schon erlebt, aber ich denke, es ist eher prof. Ja. Dunkles Band. Würde ich auch sagen. Krass, dass die Fähigkeit schon dann so lange gab. Ich meine, ich weiß es nicht genau. Also, die Vermutung ist schon immer da. So, wieder in den Wurm, oder? Der Wurm ist da hinten, ne? Ja. Ist auch so nervig. Man muss extra in die Sackgasse gehen und hin und her. Statt, dass die das irgendwie am Anfang von den Schwefel immer machen. Ja. Das Witzige ist, mit Minimars das Gebiet zu spielen, weil die nicht instant sterben durch den Schwefel. Stimmt. Oh, der Legionär. Ja, der hat, ja. Das ist jetzt Pech. Hä, und was, wenn ich einen Untoten-Herbeiruf-Shit machen würde? Irgendwie ein Skelett oder so? Überlebt es das? Das können die Leute in den Kommentaren schreiben. Theoretisch, ja. Das wäre mal interessant. So, was passiert jetzt? Legionär kommt da. Da läuft er, siehst du? Und jetzt? Oh? 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 Ja, er hält durch. Okay, er hält die. Ja, er lebt noch. Oh, das ist komisch, wenn die Kanterwächter das auch überleben würden. Ja, na ja, bei ihm ist das auch komisch. Als ob ein normaler Char hier nicht drauf gehen würde. Okay, dann werden die herbeigerufenden Kreaturen wahrscheinlich immer alles überleben. Ich habe Angst hier am Rand lang, weil ich Schiss habe, dass wenn man hier den Rand berührt, dass man dann ausgekotzt wird. Nee, nur bei den auf der Karte steinig markierenden Flächen. Okay. Hä, warum fahre ich denn wieder hin? Achso, ich habe den Bogen nicht reingemacht. Okay. Ja, so, man kriegt für jede Klasse zwar die gleichen Fähigkeiten, aber die Waffen variieren halt. Also, Assassine mit Dagger, kann auch Doppeltreffer machen. Die Sense hat trotzdem die Chance, mehr Gegner zu treffen. Ja. Ja. Aber das mit der Sense, das lohnt sich in meinen Augen nicht. Weil erstmal macht das sowieso nicht so wahnsinnig viel Schaden. Und du stehst halt mittendrin, wirst eh immer geboounced. Ja, sorry. Ich habe gar nicht gesehen, dass da noch Gegner kommen. Hier, eine Rauhnen. Okay, irgendwie. Das sind andere Rauhnen irgendwie. Aber die halten auch übelst viel aus. Ja, Stein meint er, ja. Die allraunenden Korne haben ja auch sowas gehabt. Ja, ja. Ja, ja. Aber die haben noch mehr Skills, die sind noch krasser. Mhm. Weil die jetzt nicht wirklich stark sind, aber... Ja, ich habe auch nicht gesagt. Ah ja, man kann hier durchfahren, dann ist ja gut. Ja, ich erkläre dir was, wenn es so weit ist. Huiiii. Oh no. Ich meine, dieser Speedboost, dass die anderen den aber auch nicht einsetzen. Immer nur mal selbst. Direkt auf den Unreinen, ey. Oh, hat er mich einfach... Boah. Ich sag's dir. So ein Hund. Nach schönen letzten Sekunden, wie immer. Ja, aber ich meine, ich bin so ein Riesenwurm und er einfach... Oh, nö, kein Bock. Dass er einfach trotzdem genauso gut interrumpten kann, ey. Aber diese Elite-Fähigkeit geht, glaube ich, immer nur auf einen. Ja, ja. Aber ich empfehle euch, wenn ihr es klären wollt, holt euch erst die Elite-Fähigkeit. Macht es ein bisschen einfacher. Ey, ich werde gar nicht geheilt. Ich dachte, die Unund ist klar geheilt. Nur, wenn kein Gegner mehr da ist. Naja, da stand ja mal einer. Ich habe mich da schon da reingelesen, ja. Aber ich weiß wieder, wie es geht. Trotzdem nehmen wir fest. Okay. Skill 8 ist einfach... Und das kann man auch in der Ödnis? Ja. Wow. Und ein Viertel-Caster. Das heißt, wenn du aus Versehen da draufkommst, rip. Nett. Das hat einfach scheiße gemacht. Ich finde das faszinierend, wie man halt in diesem... Wie man denken muss, so 3000 Leben ist ja irgendwie gefühlt unendlich viel. Aber wie die es trotzdem irgendwie droppen ohne Ende. Die sind doch nicht stärker, die Gegner, ne? Nein, das sind halt extrem große Gegnermassen. Plus. Ähm. Ich habe keine Ahnung, ob die irgendwie weniger Defense haben, die Würmer. Ja, ich meine, die müssen ja irgendwie dann... Fucking hell, shit. Ja, aber die können ja nichts durch diesen Mononiki. Nein, können sie nicht. Aber, oh, jetzt aussieht es schon wieder. Ja. Oh, Herrgott, Spout 2.0, ey. Ich kann mir halt nur vorstellen, dass vielleicht, ähm... ...dass sie halt nur 60 Rüstung haben oder so, die Würmer. Weil das ist ja sonst nichts zu erklären, warum das so ein wahnsinniger Schaden ist. Wie schnell die Down gehen mit 3000 Leben. Oh, und Plus-Hart-Mord. Ja. Wirklich scheiße. Ist auch übelst frustrieren, ne? Kann man hier rein oder ausgespuckt zu werden? Ich erkläre dir das. Ich sag dir, wenn... ...wenn ein Punkt kommt, wo man nicht hin soll. Ja, ich sehe das auf der Karte, aber ich finde hier drin... Da kann man da rein. Ja, aber ich habe das nicht sehen können von draußen, ob hier Stein ist oder nicht. Und es sah aber von außen, hier sieht es ja aus, als wenn hier eigentlich Stein... Ja, ab da hinten, aber... ...wenn man auf Minimap schaut, nicht. Oder auch oben. Auf den Kompass. Ja, 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 ja. Sand, ist nur der komische Farbfilter wieder. Vom Ödeland. Tja, die Monolithen, die waren ja auch bei Abaddon. Die hat er immer wieder geholt. Die Kleriker, heilen die auch die Monolithen? Nö. Nur sich selbst. Lol. Dafür ist der Damage zu brachial, den die Würmer behandeln. Das wird nix. Vor allen Dingen, das ist hier nur eine Belagung. Einfach 400 Erdscharn. Ja. Einfach so. Kann ich mir vorstellen, kannst du mal manche hier eine Erdresistenz haben. Weil es so erdig mäßig ist. Ach, man kann sich auch mit diesen... ...mit diesen Leichen heilen. Das habe ich jetzt erst geschnallt. Wie? Naja, dass es auch ein Selfie gibt, wenn du... Schmaust. Achso, ja. Ach nee, ach so, nee. Das ist random. Da kriegt man nur irgendeine andere Fertigkeit. Achso. Ja. Ich dachte, das heilt. Das ist auch nicht schlecht, die Fähigkeit. Das ist viel zu aufwendig. Und meistens klauen dir die Helden und Helden die Leichen. Warum habe ich 320 Leben? Äh, 3020. Hast du auch 3020? Okay, meinen langen Bogen, aber macht denn deine Waffe, müssten doch auch plus Leben machen, oder? Nimm mal eine andere rein und dann wieder die rein. Ich glaube, dann wirkt das. Dann kriegst du die 40 mehr. Weil ich habe meine Waffe ja gewechselt, als ich ihn geworben kann. Die hat plus 30. Nö. Hä? Wieso habe ich dann mehr Leben? Fuck. Juhu, ich bin der krasseste von... Ah, nee. Guck mal, jetzt in dem Moment. Hä, ist das ein Bug? Ja, sag ich doch, siehst du? Ja. Ja, anscheinend. Ich sage ja, die Würmer einfach... Coole Idee, nicht ausgereift. Und angeblich sollen die irgendwie an die Sandwürmer von Dune erinnern oder so. Also zumindest... Also vom Design vielleicht nicht, aber von dem System her auf jeden Fall. Wobei, ich weiß nicht, wie die von vorne aussehen. Haben die auch so ein rundes Maul? Ach, nee, die haben so eine Tentakel, ne? Ja, nee, also das sieht ganz anders aus. Warte, ich muss mal Junundus klargemachen, dann kann man ja von vorne gucken. Ja, naja. Ja, ist schon so ein runder Mund. Das ist schon eine gewisse Ähnlichkeit. Ja. Aber ich meine, es kommt halt auch darauf an. Ich habe ja die Bücher nicht gelesen. Ja, stimmt. Ich habe nur diesen uralten Film da aus den 80ern oder so reingezogen. Und jetzt sind ja auch gerade... Ja, der wird noch halbwegs aktuell sein, wenn dieser Part rauskommt. Also im Kino ist er dann sicherlich nicht mehr, aber er kommt doch vielleicht gerade auf Netflix oder so. Ähm, der zweite Teil von diesen Neuverfilmungen mit diesem Timothée Chalamet oder wie er heißt. Na jedenfalls, ähm, ja, ja. Vom Prinzip her funktioniert das da ja genauso. Und deswegen mag ich auch dieses Gebiet nicht. Und den Film mag ich auch ein bisschen weniger, dadurch, dass das alles immer in der Wüste spielen muss. Das ist ja noch schlimmer. Das ist ja sogar noch schlimmer als Wüste. Das ist einfach dieses absolute Radioactive Instant Death Piss, ey. Das finde ich auch krass, ey. Also von der Idee her geil, aber... Ist jetzt nicht 0815, oh, wir reiten irgendwie über Lava. Ist schon irgendwie ein anderer Vibe und kreativ, aber ist so zum Kotzen einfach, das Gameplay. Die Idee ist gut, aber übelst unhausgereift, unpolished und macht halt null Bock. Ja. Wirklich, wenn ihr hier diese Schneeballschlacht macht, beim Weihnachtsevent, jede Klasse hat zwei oder drei andere Skills bei. Und die Grundlagen bleiben immer gleich. Warum haben wir das hier nicht gemacht? Also, das Ding ist, ich will nicht sagen, dass es null Spaß macht, aber es wird schnell alt. Ja, und die ziehen sich halt wie Kaugen hier. Ihr seht es wahrscheinlich ein paar, zwei Stunden wahrscheinlich. Ja, wobei, 20 Minuten, wir haben gleich schon die Hälfte. Das stimmt, weil die Kilden machen ja auch mehr Schaden, ach, ich weiß nicht, ey. Es ist, teile ich jetzt euch auch keine Vorfreude oder so Schauspielern bei den Gebieten, muss ich ehrlich sagen. Korna hatte ja doch ein paar Highlights, aber das hier. Wobei, wie gesagt, da oben gibt es Gebiete, wo der Wurm nicht mehr im Fokus ist und die finde ich wirklich gut. Sehr gut sogar. So, die sind schwer, die haben eine cool Atmosphäre, weil da nicht alles dieser gelbe Shit ist. Das wird ziemlich cool. Ja, das finde ich auch nicer. Das ist vielleicht einmal so ein Weg, den du als Wurm machst und das war's. Hier, Schwefel einöde. Wenn jetzt einmal einen kurzen Abschnitt, wo wir nicht Wurm waren. Ja, also man muss halt schon sagen, dafür, dass der Wurm ja echt eine nice Abwechslung an sich wäre und mal ist, ja. Und an sich ja auch irgendwie vom Spielprinzip eigentlich auch ganz lustig sein kann. Vor allem beim ersten Mal. Ja, und ich finde, es ist halt eher ein Zeichen dafür, wie geil das normale Gameplay ist, dass man immer wieder dahin zurück will. Ja. Anstatt, dass man halt hier diesen Wurm Shit macht, wo andere Spiele, die sind nicht mal so geil wie der Wurm Shit hier. Als ganzes Spiel. Ja, Geeshwar, es besteht ja daraus, diese Bits zu machen auch kreativ und als Synergy und hier hast du halt alle Namen das Gleiche und du kannst auch nichts ersetzen, gar nichts. Ja, das Einzige, was man halt machen kann, was man die paar Mal machen kann, die man die Würmer benutzt und beim ersten Mal durchspielen braucht man auch die gesamten Ödlandgebiete, bis man es richtig drauf hat, ist, dass man wirklich alle Vorteile nutzt, sage ich mal, ja. Also, dass man hier den Tunnel, wirklich mit dem Tunnel dann reinfährt in die gegnerische Gruppe und dann alle unterbricht. Hier werden wir aus dem Wurm geschmissen. Oh ja. Oder dass man hier diese ganzen, wo man mit dem Schmaus andere Fertigkeiten gewinnen kann und so. Das kann man sicherlich alles irgendwie sehr effektiv einsetzen und danach macht das vielleicht auch Spaß, aber halt, wie gesagt, nicht lang genug. Das wird halt schnell öde. Deswegen Ödland. Ja, ja. Wir hätten das auch so malen können, dass wir bei Ist dann immer mal ein Ödlandbieter zwischenmachen und dann wieder Korna, auch wieder ein, zwei Ödlandbieter zwischen. Hätten wir malen können, aber ich habe halt lieber so eine Struktur, weißt du? Ja. Aber jetzt müssen wir da halt durch. Alles hintereinander, nur Wurm. Schiss, dass die hier... Sechs, sieben Gebiete gibt es hier und immer Wurm. Ja. Und was ich eigentlich auch schade finde, ist, man hätte ein bisschen weniger von den Wurm-Shit machen können. Und stattdessen, dass das mal, dass das woanders im Spiel irgendwann mal wieder aufgetaucht wäre. Das wäre auch cool. Und sei es halt nur bei einem Spezial-Event so. Oder man hätte wirklich einen Boss-Kampf machen können. War-Rash-Phase 3, wo die dann... Ja. Boah, das wäre auch insane gewesen. Ich meine, die war schon cool mit zwei Phases. Einer coolsten Boss im Spiel. Oder? Ja, das war blöd. Ach, das ist so nervig. Einer coolsten Boss im Spiel. Auch schwer. Faber ist schwer. Schwerer als Abaddon. Mhm. Und, ja, wenn ich noch eine dritte Phase... Irgendwie ein Wurm... Boah, das wäre richtig insane. Ja, das ist auch übrigens nervig, wie ihr seht. Manchmal wird dann ein Held nicht verschlungen. Ja, weil er noch nicht da war. Das ist dann sehr nervig. Ja, vor allem Jeremy. Oder was auch geil gewesen wäre, wäre, wenn man mal ein Gebiet gehabt... Ja, gut, das hat man hier, aber ich finde, das ist irgendwie doof umgesetzt, weil es nur nicht wirklich Sinn ergibt, dass man ein Gebiet hat, wo einer einen Wurm nehmen kann, ähm, ne, aber halt nicht, äh, aber die, aber halt nicht alle automatischen Wurmen haben. Oh, das ist auch interessant. Dass man mit einem Wurm sozusagen im Team praktisch... Ja. Ähm, ne, dass es halt vielleicht nur zwei Würmer gibt, aber dafür ist es dann ansonsten das normale Gebiet oder sowas, ne. Weil hier ergibt ja immer nur Sinn, entweder du bist die ganze Zeit im Wurm, oder du hast halt eine Ecke, wo du nicht im Wurm sein kannst. Hey, die Würmer sind leider ja besser. Ja, eben. Weil es gibt keine Fähigkeit, die einfach mal 400 Schaden macht, einfach so. Und selbst mit wenig Rüstung hält man mit 3000 Leben immer noch mehr aus, als man mit 600, mit 1000 Fertigkeiten hätte. Und man kann auch nicht Game Over again. Klar schützt man wieder eine, aber dann einmal Juni, nun ist klar, bam, alle wieder da. Ja. Aber das Blöde ist, dass man trotzdem Malus kriegt. Aber der Malus, trotz Malus, hast du, glaube ich, trotzdem 3000, oder? Im Wurm, ja, aber weil du aussteigst bis halt... Ja, aber bei dem Gebiet spielt es keine Rolle, weil... Das ist nur Wurm, leider. Wurms. Wie ausgewichen. Was ist eigentlich, gab es nicht auch früher, vielleicht haben die das wieder geändert, aber es gab doch auch mal das dann abgekommen, dann da stand. Echt? Ja, also wenn... Weiß nicht, ja. Das gab es mal, da bin ich mir ganz sicher, aber vielleicht haben die das weggepatcht, aber es gab es mal, dass man... Bestimmt weggepatcht, ist doch gar nichts. Aber da stand manchmal abgekommen. Oh, die kann man nicht mal aufessen, weil es untote sind. Ja. So, hier hast du ja nicht einfach schon verwendet? Nein. Was waren das dann eben? War das ein Magonita oder so? Nö, die alle rauen. Ah, okay, das kann sein. Gute Magonita wird mal auch aufessen können. Ja, ja. Nee, ich kann den essen. Was? Ich habe jetzt erwürgenden Hauch. Ich habe den Akolyten aufgemampft. Ich habe den geschmaust. Oh, shit, du bist ja da lang. Nun, du Tunnel. Wuhu. Yay. Yes, get it. 30 Sekunden Recharge. Ich kann noch in die reinrammen vielleicht, oder? Ja, ja, ja. Ah, nee, hab nicht gereicht. Klopp. Einfach 326. Warum genau sind da jetzt... Achso, nee, never mind. Einfach 326, ja. Boah, jetzt... Hä, hat er mir unterbrochen? Ach, ich habe aus Versehen Klagestadt. Ja. Belagungen benutzt. Ja, wirken da auch. Oh, es hat gar keinen Cooldown. Es ist ja komplett broken. Das macht aber keinen Schaden, das ist nur Disruption. Ja, aber das kannst du ja permanent... Hä, wie geht das weg, wenn man es dreimal benutzt hat, oder so? Das ist ja sonst viel zu krass. Es geht noch eine Zeit, glaube ich, weg. Muss man darauf achten. Lol. Mensch, das bleibt jetzt so lange, bis wir aus dem Wurm rausgehen. Okay, aber es geht nur gegen umstehende Feinde. Das ist jetzt nicht weiß wie viel. Ja, trotzdem. Hey, Djinns. Endlich kann ich mich an denen rächen. Weil mit Wurm sind die jetzt, glaube ich, nicht so gefährlich. Diese Gruppe ist halt klein, ne? Ja, weil es halt eine typische Djin-Gruppe ist. Drei Leute. Ja, wenn es jetzt so acht, neun wären, wie es in den anderen Gruppen sind, dann naja. Wie es bei acht, das schieben auch war. Da waren es, glaube ich, sogar teilweise zwölf Djinns an manchen Stellen mit der Quest. Ja, da eher, wo die komischen Altäre waren. Ja, es waren wirklich zwölf. Drei von jeder Brücke, vier Brücken. Oh, diese Arschkrampe. Ich wollte die Belagerung einsetzen und dann ist er auf mich zugelaufen und dann ging es nicht. Was das für ein krasser Damage-Spike ist, weil alle gleichzeitig die Belagerung waren. Ja, ja. Das ist ja auch insane. Das ist echt insane. Ich finde, du müsstest eigentlich weniger Schaden, aber dafür Fläche machen. Ja. Ich meine, der Sonne, der macht so richtig Rums und so. Ja, vor allem die Belagerung. Das soll ja irgendwie so ein Katapult gleichen. Oder es ist auch ein Easter Egg an die Kristallwüste, wo ja auch die Würmer uns permanent beschossen haben. Hm. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Da hast du Adrenalin. Ach nee, kann man ja gar nicht. Ach, die Säule, das war ja die Säule, die wir umgeschmissen haben. Ja, das ist schon passiert. Oh Gott, ist das komplex. Ja, das ist das, was ich mal angeteasert habe. Erst nur Corner, dann Corner mit Magonita, dann Magonita mit einem Corner-Typen und jetzt nur Magonita mit einem einzigen Avalon-Typen. Und ich glaube, irgendwann kommt noch nur Avalon-Typen mit einem Magonita. Ja, das ist so komisch. Die Transition-Avalon-Typen, wie war ich? Ja, seltsam, ey. Oh, shit. Oh. Oh. Der Hexer, der macht aber nicht Damage. Na gut. Das ist der Alte, der was kann von dem Magonita. Ja, die Blitze, die ballern schon rein und die machen ja selbst uns noch ganz guten Schaden. Ja, die ignorieren ja auch Rüstung teilweise. Ja, 100 ist schon nicht wenig bei mir. Blitz dabei rufen, das ist eh der beste Skill. Der auch competitive gespielt wird. Schatten der Angst. Ja, lass ihn machen. Hi, der nimmt das Gleiche weg. Wow, wow. Ja, vor allem, was er macht, diesen scheiß Schlufschreck. Nimm man zweimal, bis ich ihn muss. Hm. Oh, jetzt kommen wir nicht wieder mit dem Hundi-Ding, ey. Oh, jetzt ist das so. Jetzt weißt du, was dich im Reich der Qual erwartet. Da kommen die öfter. Ja, stimmt. Schatten der Angst. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Na gut, so kann man natürlich die Magonita etwas stärker machen, indem man die Gruppen einfach verdoppelt. Das ist echt so. Macht's auch ein bisschen weniger. Und da ist da so ein Glatzkopf, da war ja Abadons Glatze. Abadons Glatze, what the fuck. Wer soll das denn sein? Der Klinge der Verdorbenheit. Gucken wir mal an. Ja, er glänzt echt ganz schön auf seinem Schäl. Erinnert mich ein bisschen, äh, Doom. Die, die Helldemons, die mit Faust angreifen, die auch gar nicht mehr so schwach sind. Ja, ich glaube, ich weiß, welche du meins. Oh, der kann blocken. Oh, der Löwe fügt sich auch nicht wohl, da. Er hat Stimmung geschwankt und rennt immer hin und her. Hä? Tja. Ich warte nur darauf, dass die mal mit mir im Schlepptau dann in so in das Ödland-Zeug reinrennen, äh. Das wäre der Obertrick. Schön Gorin und der Löwe auch hinterher. Das Problem mit Nahkämpfen verändern. Also bei Ödland, vor allem, wenn es Zeit von der AI ist. Die, die laufen dann da manchmal wirklich rein. Ja. Also hier vielleicht eher Caster-Fokus. Aber wir haben eh nur Gorin. Und Gorin ist natürlich so schlau und läuft da nicht rein. Ja, Gorin ist ja auch der schlaueste Held. Bis jetzt ist halt nicht passiert. Ja. Steht überall. Da ist er. Harre. Hooray. Der einzige Questgeber hier für das Gewied. Zwei Quests hat er. Requiem für ein Gehirn. Das ist das Erste. Gebt euch zu allen Tempeln. Ach, da waren wir doch, oder? Ja. Das war nochmal hin. Ach, das war das mit den Monolithen, ne? Ja. Okay. Wahrscheinlich erst mit dem Quatsch und dann Spontas. Lass da nochmal hin. Weil danach kommt, glaube ich, noch ein Folgequest. What the fuck? Ich bin da irgendwie festgeglitscht. Ja, ein bisschen unausgereiftes Gewied. Aber nur ein bisschen. Ja, oben wird besser. Und oben gibt es ja auch lustigerweise einen Shortcut, wenn man Prophesize hat, dass wir in die Kristallwüste kommen. Das ist der einzige Weg, mit acht Leuten die Kristallwüste zu machen. Aber die Kristallwüste ist halt echt nicht schwer. Nee, das brauchst du nicht zu cheesen. Wer da Probleme hat, das muss man echt nicht cheesen. Also, wir werden es nicht machen. So gerne, wie ich mit acht Leuten spiele, das ist halt irgendwie dumm gecheesed. Ja. Ist ja nicht so intended. Außerdem, damals, wo es Nightfall noch gar nicht gab, gab es diese Möglichkeit hier auch nicht. Da musste man es auch irgendwie ohne schaffen. Wir nutzen das nicht. Leute, ganz ehrlich, der Weg, wir haben ja alles geklärt. Wir sehen uns einfach im Tempel, ne? Bis gleich. Yep. So, der Weg hat extrem lang gedauert. Und Kumosha ist denn jetzt hier wieder eine neue Gegner? Sehr seltsam. Waren wir hier schon? Naja, einfach neue Gegner. Dann ist es halt so. Vielleicht gut, dass wir erst hier waren, sonst hätten wir die gravierten Monolithen und diese Idioten noch mehr Gegner auf einen Streich. Ja, wo kommen die denn jetzt hier? Sehr random. Der war ja das Quest angemacht. Ah ja, logisch. Ja, okay, jetzt sind. Gleich wieder zu den Typen hin, ne? Ich krieg immer wieder Würgen auch. Wenn ich die aufesse. Ja, ich auch. Und wir brennen auch. Ist doch schon übel, krass. Alter, foliante Filz. Kann ich den überhaupt aufheben? So. Ja. Das ist so unnötig mit dem Brunnen der Stille. Aber stimmt. Ich könnte doch eh keine Schreie machen. Wollten die Gegner wahrscheinlich nur jetzt. Doch könnte man an dieser Stelle. Ach, das Buch. Das müssen wir jetzt zurückbringen zur Honk. Ja. Und doch, man könnte an dieser Stelle ja Schreie machen. Das ist ja jetzt gar nicht Ödland hier. Hier könnte man ja raus. Ach so. Oh, ja, bei den Gegnermaster wären wir komplett crazy. Im Match werden die gravierten Moliten ohne Würmer gemacht. Die sind zwar nicht so stark, aber wie viele waren das? 30? Waren einige. Also 20 waren es bestimmt. Mindestens. Jetzt kommen auf dem ganzen Weg zurück auch wieder neue Gegner. Scheinbar. Uff, naja, gut. Ich kann nicht mitkämpfen. Ich habe das Buch in der Hand. Oder im Maul. Wollte gerade sagen. Ich kann nur neben ihm stehen. Also bedrohlich gucken auf Wurmart. Meine Wurmaugen gucken ihn an. Siehst du mir das, dass du ein Buch hast? Nee, ne? Ich weiß nicht. Vielleicht unter dem Sand könnte man es vielleicht sehen. Vielleicht, wenn ich Unundu Klage mache. Hä? Äh. Ich sehe kein Buch. Voll der beschissenen Namen. Wenn man nicht sterben würde im Unundu, dann könnte man hier gut leveln. Also Dingens. Äh. Und einen unsterblichen Titel oder überlebenden Titel könnte man hier gut machen. Ich stirb ja nicht. Also ich nicht. Aber du kriegst doch Malus. Ja. Ja, aber ich meine. Aber ich bin noch nicht einmal gestorben. Ja, aber gut. Man kann, wenn man nur im Fernkampf und dann ja. Aber dann muss man das ja mit Helden machen. Ja, und dann bringt es nichts. Nee, dann bringt es nicht so viel. Also ich meine. Und alleine ist es zu schwer, weil die Gegner was uns zu groß sind. Ja, stimmt schon. Überlebenden Ziele wisst ihr, wo man hier bekommt. Und das haben wir euch ja gezeigt. Ja. Buttonmashing, Faustkampf, Leute. Frohnes Eisenzeers Lager. Immer wieder, Mann. Immer wieder und wieder und wieder. So habe ich es in New York gemacht. Ja, das ist das Einfachste. Ja. Leute, ihr Lieben. Den Weg kennen wir. Wir sehen uns beim Soldaten. Bis gleich. So, da sind wir. In die Abkürzung genommen. Cecil hat mir den Folianten geklaut. Ja. Damit ihr es seht, wie es aussieht. Na ja. Das ist halt so ein fetter Wälzer. Jo. So fett wie das Herr-der-Ringe-Buch. 1500 Seiten. Jetzt fehlt nur noch das jetzt wieder Gegnerspawn. I ist noch ein Quest. Ja, der hat zwei. I, nochmal hier. Ist ja wild. Na gut, Meister. Wollen wir es auch nochmal machen. Nee, aber. Zum Glück. Ja, ich finde es aber witzig, dass es so hidden ist. Man muss halt wissen, dass man die Säule von unten anschlägt. Wenn man ganz komisch außen rum ist, schau hin in diese Quest. Das ist so random. Hanni müsste ja voll die üble Belohnung oder so geben. Ja, sollte man meinen, ne? Aber locker wieder nichts. 200 Gold. Boah, sonst nichts? Und Erfahrungspunkte. Ja, und 50.000? 2000, glaube ich. Wow. Und irgendwie Antik-Artefakt. Keine Ahnung, was man da machen kann. Nicht mal ein Fruchtkuscher? Ja, die Kinder sind hier auf jeden Fall los. Ja. Im Ödland. Ich frage mich. Das hasse ich halt auch. Wo zum Fick ist jetzt der Wurm, Alter? Hä, es wäre auch noch näher an dem dran, wäre auch noch einer gewesen. In die andere Richtung. Ja, ich glaube schon. Gehen aber auch in die andere Richtung. Schneller. Joa. Das sind doch alle. Oh, der kommt jetzt sogar mit. Hä? Ja, der stirbt doch, oder nicht? Oder müssen wir nicht? Hä? Das ist auch so ein Untoter. Ach so, ist der voller. Das ist doch einer von denen. Pallava, Joko. Der hat doch den gleichen Skin wie die anderen. Ja, okay. Dann sehe ich es ein. Paragon Level 24. Unter dem Level von den Gegnern. Oh, der ist auch nur im Fuß, Soldat. Schlechteste vom Schlechtesten. Ist so. Steht definitiv weit unterm Hand- oder Kopfsoldat. Ja. Hooray. Ja, guck, wir hatten die Adelszielen. Und dann gibt es ja auch noch sowas. Gefreiter, Major, Sergeant. Jetzt hören wir aber auf. Da ist mein Gehörder. Okay, ich von deines Juhr. Ja, ist Gefreiter, Sergeant, Major, Wachhauptmann. Wachhabender, Wachhabender, Offizier. Sowas. Offizier. Stratego gibt es ja. Dieses coole. Brettspiel mit diesen ganzen. Ja, wie soll ich sagen. Wo du halt so Soldaten hast mit unschielenden Rängen. Was ist jetzt hier? Der holt sich irgendwie Verbündete aus den Grabsteinen. Erhebt euch aus eurem Grab, setzt er ein. Oh, guck mal, wer da kommt. Gegnerts? Ja, Mensch. Die ganz Schwachen auch noch. Ob die wohl Fruchtkuschers gerne mögen? Halt nicht mal eine große Gruppe. Oh, wow. Gut, man könnte hier auszählen, einen Burm tatsächlich rausgehen. Ja, mach er doch. Ha? Mach doch. Leider, auch wenn ich die Würmer hasse, ist es halt sinnvoll, da drin zu bleiben. Wow. Ach, er macht wieder. Zwingt die Toten, sich seinen Befehlen zu unterjochen. Ach, untoter Krieger, guck mal. Was sollen das denn für Tote sein? Die den Befehl von einem von Fußsoldaten annehmen. Naja, welche, die noch unter ihm stehen. Nicht mal ein uniques Design haben. Gefreite. Nö, nur Krieger. Bauern. Aber die halten auch nichts aus. Siehst du ja, die droppen ohne Ende hier. WTF, die Sterne, Insta, na gut, die sind auch nicht ein Wurm. Aber gegen die Magoniter? Selbst dieser 0815 Minenarbeiter im letzten Part hat es gegen die hier geschafft. Eben. Und das waren, glaube ich, weitaus mehr Magoniter. Im letzten Part. Oh, Aufbau einer Armee. Quest Kree geschlagen. Was? Oh, Fußsoldat. Ja, aber ist das ein abgefuckter Piss, ey. Wäre gut gewesen, wenn sein Nazios nicht im Wurm gewesen wäre. Aber der heilt ihn, glaube ich nicht. Wahrscheinlich nicht, ne. Ja, kacke. Eskortenmissionen gilt. Oh, ist das schön. Tja, dann gibt's wohl keine Untoten-Armee. So ein Mist aber auch. Gibt ja eh nur Müll. Ja, wie können die in so eine Secret-Quest holen? So ein abgefuckten Dreck nur geben. Ich meine, was kann man denn machen? Antikes Relikt. Irgendeine gamelige blaue Waffe oder so für bekommen, die keiner haben möchte. Ja, wahrscheinlich ist es wieder sowas oder irgendwie. Schrecklich. Ja, das wird's wahrscheinlich sein. Gammelige blaue Waffe. Als guten blauen Waffen sind halt die von dem Bonus-Missions-Pack. Togo-Stab, Saul-Stab, Schild von Thuray Osser. Ja, das war's. Falk, und Schwert von Thuray Osser. Falk, wenn, hat ja nix gehabt. Stimmt. Ist ja voll unfair. Hä, weil die da nur ein kleines Kind war, die konnt ja nix. Wer hat's ja was gefunden beim Fliehen, ey. War das so? Ich glaub nicht. Nö. Oder halt die ihre Flöte irgendwie als Fokus oder irgendein Shit. Ich glaube, das war sogar so. Aber halt in der Mission. Mist. Ist das weit weg. Ah, da. Das Problem ist, diese Gebietzimmer ist super groß, wie ihr seht. Ich finde, jetzt erst die Hälfte. Aber schon drei Viertel der Gegner kommen bestimmt jetzt nur noch so eine Einzelne hier. So eine Lappe. Bescheidens. Ja. Na toll. Ah, gut. Aber in den Würmern hat den Vorteil, dass man einhängig spielen kann, ey. Da braucht man kein, kein VHSD. Komplett braindead, ey. Ja, siehste, kommen nur noch so eine Lappen. Ja, aber da hinten ist wieder so eine Säule. Stimmt doch was nicht, oder? Keine Ahnung. Mal gucken. Vor allem, die waren ohne Würmer sogar auch übel einfach. Und selbst ohne Würmer hatten wir zwei Gruppen. Von denen. Ja, ich verstehe das auch nicht. Das ist jetzt nicht mal eine Viergruppe, oder was? Wenn sie wenigstens zu der Stufe 30 wären, aber nicht mal das. Das war, glaube ich, nur das der quälte Land. Die ja so ähnlich aussah. Ja, Pellets. Pelletswap. Nicht mal. Oder nicht mal das. Kann auch so. Schön. Wieso nimmt man so fucking viel Schaden, ey? Im Würmer. Ja, das schnall ich auch nicht. Guck mal, selbst der Parkour hat mich fast gekillt. Kommt mir vor, als hätten die einfach null Rüstung. Das kann echt sein, oder? Weiß ich nicht. Aber manchmal ploppen wir auch so komische Sandfirma auf. Die halt aussehen wie die Würmer aus Popsize. Von der Wüste. Und die halten richtig viel aus. Die haben natürlich gefühlt 300 Rüstung. Ja, das ist vielleicht eine andere Gattung. Wie lange haben die da richtig wenig Leben? Und haben aber mega Rüstung. Und wir haben halt das Gegenteil. Oh, Makonita-Shit. Sind ja auch keine Yununu. Ach, Mann. 3. Jesus. 300 Schaden jetzt. Aber ne, ich glaube, man hat wirklich keine Rüstung. Kannst du mir aber erzählen. 300 Schaden. Okay, das ist ein Boss. Brauchst du Lebenspunkte plus 30 für einen Bogen? Nicht wirklich. Handelzerdreh. Antikart. Geil. Geil. Voll random shit, ey. Alles Geld. Hey, und was ist mit der alten Pergament-Schrift? Die willst du nicht haben, oder was? Die hab ich eben schon in den Müll geschmissen. Ja, ha. Ich so, boah, was ist das da? Hab ich so eine coole Schriftrolle gefunden. Und dann, mhm, ist wieder so ein Scam-Item. Ja. Sieht aus wie so eine Schriftrolle, die Erfahrungswustes gibt. Ja, ist so. Schöne Verarsche, ey. Ja, auch da, auch bei Items gibt's immer so Pellet-Swaps. Aber es wird dann echt eiskalt genutzt fürs Scam. Ja, stimmt. Oh man, tiefe Wunde, wie ETF. Einmal voll hier, bitte. Einmal voll tanken. Look, Goran hat's anscheinend noch nicht begriffen, wie das funktioniert. Warum ausgleichen mit der Schlauste? Vielleicht, der weiß ja was, was wir nicht wissen. Er will die Herausforderung. Er will die Challenge. Oh, wie kommt man da oben hin? Oh nein. Ich glaube, wir haben nur einen Weg übersehen. Hoffe ich. Sind wir hier überhaupt schon mal durch? Nee, wir müssen wieder da hoch. Ich hoffe nicht nur Säule. Ziffer hier auch schon mal durch? Nö. Aber hier haben wir auch nichts verpasst, wie du siehst. Mei, oh mei, oh mei. Ist ja nischt. Herr Ödlan. Kommen wieder eine Million Gegner, Massen und dann wieder 100 Jahre nichts. Oh, das ist so schlecht. Oh, da sind Gegner. Ja, die meint sich doch. Da sind die Gegner. Oh, Geisterpriester. Achso, der. Das ist, glaube ich. Das ist wieder so ein Faker. Ja. Mann, so ein Pisser. Die müssen nur verarschen. Also. Flipp. Ha, gegen die ist das nicht so gut. Gegen die Bogenschützen. Weil das Erdschauen ist. Hm, das ist natürlich blöd. Die Fallläufer sind übelst gut gegen die Würmer. Boah. Jo, nun du Schlag, ey. Hab ich nur einmal eingesetzt jetzt. Ist nicht schlecht. Nee, aber. Irgendeine Disruption. Jo, vier Sekunden zum Boden. Ja, das ist schon krass. Der Damage ist nicht gut. Aber die Disruption. Wenn man ehrlich ist, wollte man das Spiel möglichst effektiv spielen, müsste man eigentlich im Nahkampf irgendwie die Sachen voll ausnutzen. Ja, mit Nahkampf kriegst du richtig hart auf Fresser. Ja. Das stimmt. Aber irgendwer geht ja immer in den Nahkampf. Die Helden, so ist ja. Ja, aber wenn die ja einen AOI haben, ist es komplett am Arsch. Einzige, was man machen könnte, ist, dass man den Helden, immer wenn man in Wurm geht, immer einen Bogen allen in der Hand drückt. Könnte man machen wahrscheinlich. So viel Aufwand, ey. Jo, was willst du, Alter? Ich will jetzt die Lesben, ich kann nicht, ich kann sie gerade nicht. Demonische Horden. Wow. Na dann. Demonische Horden von Verestadt wohl. Internet Explorer, die gibt es schon lange nicht mehr. Das ist echt so. Wow, Panik, Panik. Da müssen wir halt nach rechts. Irgendwie. Ja. Da kommt man nun leider nicht hin, oder wie? Wahrscheinlich nicht. Ne. Ja, dann erst mal nach unten und dann da unten in der Mitte. Von da aus weiter. Boah, ist das schlecht. Yunundu, 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 Yunundu. Ach ja. Und das Schlimme ist, das Akalibecken ist glaube ich noch schlimmer. Pff. Äh. Oh Mann, dass nicht wenigstens diese olle Tunnelfertigkeit halt einfach geht, bis man anhält, oder sowas. Ja, und die Helden und Heldinnen benutzen das nicht mehr. Ja, das nervt auch. Aber das könnte man doch wirklich machen, okay, ihr seid schneller, bis ihr stoppt. Gut, ich kann es manuell. Ihr Gorn. Der hat's jetzt. Wow. Ja, wie gesagt, das ist halt nicht richtig durchdacht. Kurze Idee, yo. Machen wir so. Nicht weiter ausgefeilt. Ungut ist. Bläh. 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 Hier rechts, wa? Ich bin mal rechts, oder? Nee, doch nicht. Sieht nur auf der Karte so aus. Jo. Das geht nicht. Schmutz. Hier ist es wieder cool. Einen einzigen Gegnergruppe, dann geht's wieder los, die Langeweile. Das war euer letzter Fehler. Wenn man sich über so eine einzige Gegnergruppe freut, die eigentlich in den anderen Gebieten und so das Normalste ever ist, dann wisst ihr, wie schlecht das hier ist. Blup. Oh, schon wieder ein Screenshot. Yay. Geil. Ja, jetzt macht's ja erst richtig Spaß. Wiii. 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 ich meine es noch durch jetzt auch die riesen gegner gucken vor nein das werden wir niemals schaffen mutter mit dem kalt mir mitten im kampf versuchte sein treibsand geist zu machen das sind halt wieder diese komischen naturgeister hat sich keiner mit auseinandergesetzt ich weiß nur was der eisboden geist und halt jetzt weil wir uns damit richtig auseinandersetzen mussten hier hieß rand der auslöschung ja da führte ja kein weg dran vorbei nein wir werden wiederkommen stimmt das haben wir auch unter diese riesen gegnergruppen oh mein gott maximal nervös aber immerhin sind wir dann immer schon so richtig aus abgewrackt wenn sie wiederkommen haben auch alle nur 60 mal was weiß ich ja steigt ja auch mit dem level könnten durchaus mehr haben wir wollen nicht sterben muss der scheiß parker der kavalier der willst du ist ein siegel der wiederkehr wir werden wiederkommen mann der hat aber auch gar keinen bock dass es jemals leben verlängert der ist nur zum nerven und retzend gedacht aber echt das hat echt jetzt ewig gedauert ja das war eine ganz schön hartnäckige gruppe aber wir waren hartnäckiger hier haben die oberparten würmer ötler und klinge und so viel leute weil jeder depp das kann du musst dir das nur durchlesen wie die skills funktionieren und dann kannst du es oh nein du kannst es weil das setzt ja nicht voraus dass die geizten wunders die beste team sind hier kannst du ja nichts besser oder schlechter waren aber stimmt ja nicht mit dem wüstenwurm der nimmt ja wirklich gar keinen schaden selbstbelagung macht glaube ich nur 50 das meine ich ja der ist so power dead viel aus und wir sind übelst brüchig ich meine gut 400 schaden macht bei den wenigsten gegnern aber sieht man wieder wie schlecht elementar schaden los sand die scheiben typen die sehr elementar quatsch diese waldläufer da macht das 222 schlag der macht immer gleich viel die anderen nicht stich oh nee doch ist ja stich nur schlag macht immer festen schaden und die belagerung ist seit erdschaden der rest ist alles stich und der sticht 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 so viel überhaupt umgeschmissen werden können und rosa roth können noch nicht umgestoßen werden oder klinge meister der kriegt nur 177 schaden ja muss irgendwas haben was schaden noch weiter klar ist ein krieger auch hier aber eben gut in den lona sind es ehrlich der wir schneiden schaden immer reduzieren erdgebiete und so blendende hauch okay der ist op 400 fester schaden oh ja den habe ich ja auch da muss jemand da ran ja aber gar kein das ist der komplett was das gar kein cool dauernd immer wieder bei mir ist nicht fester schaden 331 habe ich gegen den einen gerade gemacht ja steht doch richtet 400 schaden ja das sehe ich selbst aber das ist ja nicht erdschaden weil die haben es schlecht übersetzt fehlt einfach scheiche ist erdschaden ne ja ja sieht nämlich von der animation her so aus ja verlehen der stelle von den christgleich schweigelöpter ja jetzt hat der blender auch 193 gemacht das ist das für ein scamp oder brauche kostet aber richtig ja ich habe im gaun und so meistens keine energie weil die das wahrscheinlich immer machen und er ist auch schneller gekastet als der ganze andere quatsch ist ja noch eine fresse von der belagerung jawoll okay vielleicht sogar noch einen na na sieht gut aus ja oh herr abgekommen jesus ja bam du wie ein schlitzer was geht denn da hinten ab wann sind wir denn so verteilt mit den Söbermann ja weil die mich über zanten wieder die klage unterbrochen und die sind jetzt reingerannt und jetzt bin ich gefickt oh Junge ich schlafe gleich ein shit ich krieg die klage nicht durch oh fuck nein jemand muss klagen ich klage im wheeler shit alter ich brauche den jonundu klagen hauptmeister ja war die in der stille auch wieder da ja wir werden wieder kommen was meinst du warum es hier nicht folgen geht wie geil ist das denn ey das ist ja ein richtig endloser fein ich hab das nicht jetzt auch ich schaff das nicht so ich hab keinen bock zu sterben diese die dämonation ja und jetzt stehe ich hier ganz alleine ach 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 Ja, verpissen die sich vielleicht irgendwann? Nee, aber ich nehme mich da hin. Ain't no way that's gonna happen. Siehste? Ja, aber jetzt stehen wir da trotzdem drinnen. Boah, vielleicht bringt's aber. Nur mich hab da wieder nicht geholt. Ah, ich steh hier ganz allein. Weil zweit da drinnen stand. Hui, yes. Schau wieder, wir werden wiederkommen. Der Kavalier muss weg. Immer auf die zuerst. Ist ja komplett insane. Da fallen hier mehrere davon. Hä, ist ja unschaffbar. Und das war's, schau wieder. Tschüss. Da ist noch ein Kavalier. Jetzt ist der ausgewichen, dieser Pisser. Ey, was für ein Arschloch. Ich leg dir den Nutzern. So. Da ist noch einer. Da ist noch ein Kavalier. Ja. Noch einer. Siegel der Wiederkehr. Und er hat schon wieder einen wiederbelebt. Und er hat schon wieder einen wiederbelebt. Ja, weil die Würme machen halt nix. So, ey. Da ist wieder einer. Da ist wieder einer. Wir kommen wieder. Damage gleich null, ey. Wir kommen wieder schon wieder. Wie ist denn hier der Kavalier? Da ist noch einer. Oh, er macht es nicht. Oh. Ich glaube, das waren alle. Ne, da. Nein. Zielt auf die Augen. Okay, das darf er machen. Nehmt euch Zeit. Ja. Ja, er hat schon wieder einen wiederbelebt. Tatsache. Siegel der Wiederkehr. Jetzt muss es doch eigentlich durch sein. Was ist das denn für eine Gegnergruppe? Ja, ich glaube, wir haben alle. Das Schlimmste im gesamten Spiel. Jetzt können wir uns endlich um Valet kümmern, ey. Oder Valeten. Oh, geil. Es wäre so geil, wenn jetzt aus einer anderen Gegnergruppe hier ein Kavalier angerannt kommt. Ne, das ist das einzig Gute, weil wir sind immer so weit auseinander. Richtig disperrt. Oh, bitte. Oh, Mann. Alter, wie weit läuft der denn weg? Was ist mit dem? Wo will der hin? Der will echt zur nächsten Kavaliersgruppe, ey. Wahrscheinlich. Alter, der kriegt jetzt eine Belagerung in seine dumme Valen-Fresse. Bam, Alter. Schweigelübter. Schweigen. Ja, Kavalenten. Du hast recht. Ja. Da stehen die nämlich schon. Stehen schon bereit für ihn. Hä, was ist er für eine Pussy? Oh, jetzt bleibt doch mal stehen, Mann. Ja, geht doch. Ich hätte aber nicht viel aus. Ja, geht doch. Aber ich wäre auch ein bisschen, wenn ich so alleine wäre und dann kommen irgendwie so acht von diesen Würmern hinter mir, ey. Du hast so, scheiße, fuck. Er hat schon mehrere Chancen gehabt, sich zu beweisen. True. Irgendwann ist aber gut, ne? Der hatte wirklich eine Menge Chancen. Wahrscheinlich ist er deswegen im Abgehauen, weil er schon hundertmal verloren hat. Ja. Ach, knall sie alle weg, ey. Gut, dass die nicht wiederbeleben können. Die Äther kommen hier, glaube ich, nämlich nicht. Die sind verlost. Die waren Barbie exclusive. Boah, zum Glück. Stell dir vor, die Äther konnten irgendwie, wir werden wiederkommen, ey. Das Zweck gilt was Beyond-Niveau, ja. Ja. Dann müssen wir Eisboden haben, ey. Messen mal Paragon. Ja, gut, hier geht's ja los. Hier können ja keine Gegner sein. Immerhin. Dann müssen wir jetzt hier wieder in die Scheiße rein. Na gut. Hier ist auch schon wieder dünn Schiss. Ja, der ist so richtig dünn. Hat Palawa-Joko gesagt, um irgendwie Eindringle abzuschrecken, möchten wir, dass die Würmer da in die Grube kacken. Damit es hier schön lieft. Sieht aber wirklich widerlich aus. Allein hier, ey. Das ist wirklich einfach nur Ödland. For real. Oh, nix. Komm schon, Yunun, du Schlag. What the fuck? Bam. Hm. Er hat nur einen getroffen. Das leckt mal wieder so lange. Bildnis. Bam. Was ist euch ja? Bam. Was will der von mir? Ist er irgendwie mein Secret-Fan oder was? Immer dieser Sensen-Typ. Sobald sie in seine Nähe kommen, geht er direkt auf mich. Wahrscheinlich, weil ich kein Leben mehr hab, ne? Unmöglich. Komm schon, rostige Beinröhre. Ach, Mann! Vielleicht ich? Verrottetes Kleidungsstück. Und? Ach, ey. Fehlts. Gewalt. Das will keiner haben. Führung wäre wieder nett. Die ist auch mal immer ausverkauft. Die ist Zenturio. Ja. Und die Führung stinkt. Mit überlegen. Falt die ganzen In-Wagon-Sachen. Ja, ja. Ja, was für Sandsturm. Alter, 105 Schaden. Das kann doch nicht normal sein. Das Schlimmste war eben die Hitze der Savanne. Weil da hab ich echt absolut Giger gekünscht. 300 pro Sekunde. Okay, ja. Klar ist der Skill stark, aber nicht 300. Fair and balanced. Die haben keine Abwehr. Oh, guck mal, wer da ist. Kavalier. Nice. Ich klicke ihn an und was wird angezeigt? Ja, und was wird angezeigt? Wir werden wiederkommen, natürlich. Ja, aber es sind ja auch vier auf einem Fleck. Die sollen mal so stehen bleiben. Das ist natürlich günstig. Und wenn... Hä? Das sind die Redz-Meister. Redz-Hauptmeister. Ja, aber die kriegen wir. Ja, aber die kriegen wir. Das gibt'n Redz. Bamm. Das gibt'n Redz. Mann, greif doch an. Macht aber auch einfach manchmal Mackeln. Die Skrub-Mitglied ist schon drei Sekunden tot. Das gibt'n Redz. Jetzt hau ihn nochmal weg. Redz-Hauptmeister, ey. Ja, endlich mal Flächenschaden gemacht. Ey, jetzt nicht zu fassen. Da steht schon wieder einer von denen. Schrei der Frustration ist wirklich auch überraschend gut gegen diese Scheiße-Würmer. Ja, und passt auch sehr gut gerade. Ja, na. Naja, kriegt's nicht durch. Das macht das Ödland ja noch schrecklicher. Noch einer. Jo, immer wenn du anklickst, Redz, 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 Redz. Ach, find die irgendwie geil. Jetzt weiß ich, warum ich immer dachte, wir werden wiederkommen und so ist Broken-Wing-Scheiß hier. Ja, aber ich mein, wenn wir das alle in der Gruppe hätten, stell dir mal vor, die ganze Gruppe hätte Dingens. Ja, und am besten noch geskillt, weil ich hab das ja nicht mehr geskillt. Ja, oder die hätten alle Ural's Hammer. Das kostet auch nur fünf Mana. Eigentlich ist die Gruppe doch dann unsterblich, oder? Ja. Kannst du ja die ganze Zeit durchcasten. Ja gut, aber mal... Nee, man kriegt's bei Ural's Hammer nicht mal mal los, ne? Nee, auch nicht, wenn du normal getötet wirst, während du... Hä? Kannst du einfach... Wenn du unter, weil jetzt die größten, beschissensten Gruppen und bei Maleks auch. Statt Torquah und einfach... Das Einzige, was dir passieren kann, ist das... Das hat ja 60 Sekunden Wiederaufladezeit. Und das ist nicht automatisch wieder da, nur weil du wieder aufstehst, glaube ich. Das heißt, es kann halt sein, dass alle rechargen, wenn du schnell genug plattgemacht wurdest. Das kann ja passieren, ist aber... Da müssen die Gegner aber schon brutal hin. Ja, Statt Torquah. Viele ultra starke Gegner sind die schlimmsten im gesamten Spiel. Gut, Geld war's peor. Wir werden's ja sehen. Wir machen ja eh alles. Am Ende können wir judgen, was schlimmer ist. Auch wenn wir's nicht richtig können. Weil wir machen ja Maleks nur im Normal-Mode und das... Wind des Wandels eben halt nicht. Oh je, endlich. Das erste ist weg. Yes! Uh! Das war wild. 0 von 10. Das war wirklich 0 von 10. Ich fand das mit den Monolithen ganz witzig. Ja, okay, das war ein Highlight. Und das mit den Untoten da, also mit diesem Untoten der Wecken, hätte eigentlich auch lustig sein können. Also, diese... Diese Missionen funktionieren halt im Harden auch nicht. Mit der Eskorte. Ja, das ist halt lame, das stimmt. So. Beim nächsten Mal kommt das Alkali-Becken. Yay. Das nicht schlimmste Gebiet, wo auch fast nur Wurm ist. Aber einfach das Schlimmste erst. Gut, ihr Lieben. Falls ihr euch trotzdem gefeindet, könnt ihr mich über das Video mit einem Daumen unterstützen. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne vorvisieren. Sonst sehen wir uns beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Cecile. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da wirst. Dich hab ich ganz besonders lieb. Falls du immer noch nicht genug von mir hast, dann kannst du hier auf die Playlist des Projekts klicken. Da findest du alles, was mit diesem Projekt zu tun hat. Hier kannst du drauf klicken. Da ist eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier oben kannst du den Kanal abonnieren. Und somit in Zukunft nichts mehr verpassen. Ich wünsch dir ganz viel Spaß dabei. Ciao.